Hoi, ich weiss nicht wo du stehst. Mich hat es die Sonne gefreut. Schöne Winterlandschaft, oder? Halt, etwas stimmt hier nicht. Ok, ich gebe es zu. Mit der Videotechnik am heutigen Tag sollen wir einen Film machen. So sieht es nicht aber aus. Im Sommer kommt wahrscheinlich auch heute, am 30. Dezember 2016. Wie auch immer. Ich wünsche dir einen ganz schönen, tollen Silvester. Und geh doch auf Zürich. Als tollen Feuerwerk. Oder sonst einen schönen Ort. Ich beziehe mich jetzt. Aber hoffe ich, dass wir uns vielleicht in neuen Jahren wiedersehen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Vielen Dank.